Hallo zusammen, hier ist die Deutsche Land, schau euch wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein paar Kisten aus der Garnision und zwar habe ich hier wieder 20 Stück zusammengefarmt und die heißen einmal große Kiste mit Bergungsgut. Die Kisten kriegen wir raus, indem wir Missionen abschließen hier in der Garnision und zeitgleich quasi dieses Wiederverwertungsgebäude auf 3 am Start haben. Ich würde sagen, wir fangen mal an und gucken mal rein, was wir schickes drin haben. Diesmal werden wir die Hunter-Kisten öffnen und da brauche ich noch zwei Alteams und zwar Spurensucher Schrotflinte und Spurensucher Armschinen. Und ja, da stellen wir jetzt mal auf Trechtssicherheit, passt schon, würde ich sagen, legen wir mal los und gucken, was Schönes drin ist. Als allererstes haben wir Garnisionsressourcen. Oh, ich muss hier wieder den Handelsschnitt liefen. Dann lief 5 ist es, nee 4 ist es bei mir, das ist dieser Dienste-Channel, der spammt mir sonst alles voll und dann sehen wir nämlich nichts. Okay, dann machen wir weiter. Hier ist der Nummer 2, haben wir einmal ein paar Materialien drin, also die Garnisionsressourcen plus dann nochmal ein paar Pflanzen. Dann haben wir hier nochmal Garnisionsressourcen. Okay, das ist auch nichts Tolles. Und nochmal Garnisionsressourcen. Ein verstärktes Rüstungsteil haben wir diesmal drin gehabt. Das ist das hier. Dann ausgeglichene Waffenverbesserung. Das ist einmal, ich glaube hier unten müsste das sein. Dann wieder Garnisionsressourcen. Uh, diesmal haben wir ein Gear-Item gekriegt, und zwar die Stulpen, aber die brauchen wir nicht, die haben wir schon. Ein bisschen Echteisenerz. Garnisionsressourcen, komm, gib mir die Flinte oder die Armschienen. Postworts haben wir gekriegt. Nochmal Garnisionsressourcen. Bestärkte Rüstungsverbesserung, die brauchen wir auch nicht. Nochmal Garnisionsressourcen. Oh, boah, jetzt geht's langsam den Bach runter hier. Noch fünf Kisten. Noch vier. Oh, jetzt habe ich fünfmal hintereinander die Garnisionsressourcen. Sechsmal hintereinander. Zwei Kisten sind's noch. Naja, jetzt haben wir zumindest nochmal Pflanzen bekommen. Und bei der letzten Kiste. Ne, das war eine komplette Nullnummer, ich sag's euch. Schade, 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 ein paar Upgrade-Items haben wir. Das war's aber auch schon wieder. Und die komischen Hände, die wir nicht brauchen. Naja, gut. Dann werden wir es demnächst nochmal probieren. Habt mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne im nächsten Opening-Video wieder. Eintelar, bis dahin. Ciao. Ciao. Vielen Dank.